Hallo Tabea, wir lassen jetzt hier den Tag ausklingen. Erzähl doch mal, wie war der Tag für dich? Ja, ich bin jetzt sehr froh, dass diese Anspannung so komplett abfallen konnte und wir jetzt hier zusammen die Zeit genießen können, ohne diese Aufregung in einem zu haben. Ich glaube, wir haben einiges von dem, was wir so lange einstudiert haben, auf die Bühne bringen können. Ja, natürlich gab es auch Sachen, wo man dachte, ja, haben wir schon mal besser hinbekommen. Aber ich denke, das ist natürlich super. Aber wir feiern jetzt auf jeden Fall ein bisschen.